Hallo und herzlich willkommen zurück zu Destiny auf der Playstation 4. Bei mir ist immer noch der Driftfreak 90. Hallo. Hallo. Und wir spielen weiter das Erwachen der Eiserne Lords. Und ja, ich habe ja hier was Schönes bekommen im letzten Part. Da ist der nette Driftfreak 90 nicht gerade begeistert drüber, dass ich was Tolles hier bekommen habe. Aber das ist mir relativ wurscht. Und schau ich mal, was das ist. Es ist auf jeden Fall nichts vom neuen Addon. Es ist ein Maschinengewehr auf 334 mit Akos Schaden. Feuerrate ist der Wahnsinn. Schlagkraft ist, ja, wollen wir nicht drüber reden. Aber ich habe 74 Schuss pro Magazin. Aber Stabilität habe ich auch so gut wie keine. Das heißt, ja, eigentlich, du brauchst nicht unbedingt neidisch sein. So, was haben wir hier noch? Ganz viel grünen Kram haben wir hier. Ich habe eine Aufrüstung für mein Impulsgewehr. Oh Gott, ich habe jetzt hier alles. Ich will mal gucken, ob ich im Tresor noch Geisterblüten habe, weil ich habe irgendwie überhaupt nichts. Ich kann hier nichts aufrüsten. Und da will ich jetzt im Tresor auf jeden Fall mal gucken. Hast habe ich jetzt mal aufgenommen. Dann kann ich jetzt hier ordentlich mal was ausrüsten. Waffenstabilität nachladen. Reduzierte Magazingröße, das will ich nicht. Dann nehme ich lieber die Waffenstabilität. Wenn ein Schuss aus einer Salve dieser Waffe das Ziel verfehlt, wird ein vierter Schuss abgefeuert. Das nehme ich auch. Dann nehme ich noch, wenn gehalten, gibt dir diese Waffe plus zwei Charakter Agilität. Nehme ich auch mit. Und das war es erstmal. Aber ich glaube, ich kann auch noch mehr hier machen. Hier kann ich noch nichts machen. Ich habe hier ganz viel noch gekriegt. Auch ganz viel grüner Kram hier. Brauche ich alles gar nicht. Da taue ich mal weg. Was ist das? 329. Oh ja, das bringt mir was. Das werde ich hier mal reinknallen. So, damit bin ich jetzt offiziell auf 330. Yeah. Ja, Mann. So. Und los geht's. Ja, ich bin jetzt auch fertig. Hast du Glück gehabt, dass ich jetzt auch fertig bin? Sonst hätte ich dich gleich hier zurückgerufen. Ja. So. So, was für eine Mission kommt jetzt? Ja, ja. Download abgeschlossen. Stopp. Ich wollte gerade sagen. Was willst du mit Download abgeschlossen? Was lehntest du denn runter? Das sage ich nicht. Achso, okay. Gut. Ich musste die Mission gerade erstmal runterladen. Achso, ja, okay. Alles klar. Bei der Suche nach Informationen über SIVA bin ich auf ungeklärte Phänomene gestoßen, die sich in der Nähe von Clovis Bray ereignet haben. Das ist tief in Kabal-Territorium. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die gefallenen Zeit gehabt hätten, in diesen Laboren ungestört zu arbeiten. Stimmt, aber dort befinden sich Aufzeichnungen über SIVA-Prototypen, die nie geworben wurden. Sie könnten das fehlende Bindeglied sein. Lord Timur sprach ebenfalls von SIVA-Prototypen. Also gut, alter Freund. Folgen wir diesem Pfad. Ja. Los geht's. Du solltest jeden Moment in der Nähe anpacken. Ah, Psyon Schinder. Da starten wir. Ui, 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 jetzt geht's gleich wieder zurück. Oh, ab. Los geht's hier. Gar nicht lang hier rum eiern. Geht gleich zur Sache. Nö, merke ich schon. So. Oh, 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 oh. Na komm. So. Sehr schön. Mal stellen wir Munition hier aufsammeln. Zack. Ich kann dich zu den Biolaboren führen. Doch wenn du ankommst, musst du wahrscheinlich etwas suchen, bis du die SIVA-Prototypen findest. Ach. Ich habe Vertrauen in unseren gerissenen Wölfling. Er wird einen Weg finden, da bin ich mir sicher. Hat er, hat er gerade einen von uns Wölfling genannt? Wäre nämlich weniger lieb, wenn er mich gemeint hätte. Oh Gott. Oh, toll. Ich muss ihn gerade jetzt, wo ich meine Granate werfe, alle zur Seite sprengen. Ich kann nicht dafür. Okay, was haben wir denn hier? Wer hätte gedacht, dass es so einfach sein würde, gefährliche Archive aus dem goldenen Zeitalter aufzuspüren. Oh je. Oh, super. Oh, super. Mein Charakter datenspeicher. Gegner. Ey Ich komme. O-L capitaine.. Folge dir. Unauffällig. Da, TrUE? So. Hop. Hop, 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 hop. Ja. Oh, 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 oh. Na komm. Leider musst du dich laut meiner Informationen in den Untergrund begeben. Große Höhlen hinabstürzen ist tatsächlich unsere Spezialität. Aufzugsschacht? Nach dir bitte. Aufzugsschacht? So was brauchen wir hier nicht. Aber ist es der Strike rückwärts rum, oder was? Was denn? Ist es der Strike rückwärts rum, oder wie? Ja, ist ne gute Frage, ne? Bis jetzt ist es der komplette Weg rückwärts rum. Oh Gott, oh, 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 oh. Irgendwo werde ich hier massiv angeschossen. So. Oh, ich hack mal hier. Ich wollte das doch machen. Oh Gott. Oh Gott. Ja, runter da. Schubst dich runter da. Juhu, ich komme. Okay, ich hätte vielleicht abbremsen sollen. Aber ich lege es auch. Wir sind am richtigen Ort wie tote Gefallene. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt geht die Luzi ab. Naja, merke ich schon. So. Ah, ha. So, noch Beutezug abgeschlossen. Ich auch gerade. So. Das Break Forschungsarchiv. Jetzt möchte ich aber mal hier. Meine Güte, bleib doch mal hier stehen. Oh, du bist doch echt einer. Du hast mehrere Prototypen und jeder davon hat eine andere Funktion. Ich weiß gar nicht. Nur weil ich hier hängen geblieben bin, einer blöden Stufe. Hm. Virale Rüstungsverstärkung. Sehr nett. Hab ich gesehen. Du bist nicht genau hochgesprungen. Ja. Weil ich dann weg kann. Oha, jetzt haben wir viele Dichter. Später vielleicht. Wir haben Besuch. Ja, wir bekommen Besuch. Yes. Aber der Besuch wird sich schneller verdrücken, als er gucken kann. Denk mal, du hast auch nichts dagegen, wenn ich deinen Namen sag. Ansonsten. Was hab ich? Ich denk mal, du hast nichts dagegen, wenn ich deinen Namen sag. Nee, mich kann doch jeder kennen. Das ist mir egal. Sonst hätte ich das jetzt aufs Sto gescheitert, ja. Beim Schneiden. Nein, nein. Na gut. Den Namen kannst du dich auch so. Das stört mich überhaupt nicht. Da hab ich kein Problem mit. Es gibt ja immer Leute. Das hab ich mir ja schon fast gedacht. Aber man muss ja trotzdem immer noch mal nachfragen, ne? Naja, klar. Schon netter. So. Ach, das war's schon. Das war easy. Hier, ein bisschen Sensen hier. Ach. Das war ja ja. Ach. Das grüne Zeug ist, ey. Was soll ich denn mit? Du wirst deine Verteidigung bekommen. Du wirst deine Verteidigung bekommen. Du wirst deine Verteidigung bekommen. Okay. Die Frage ist, wir schauen jetzt mal, ob du jetzt nochmal irgendwo beim Treffpunkt zu irgendjemanden noch hin musst. Ja, bestimmt zu dem neuen Treffpunkt. Genau. Dann nehmen wir das in den Part auf jeden Fall noch mit rein. Weil. Eisberg, ne? Da geht jetzt ja gerade mal elf Minuten. So, und ich gucke jetzt meine Upgrades kurz nochmal nach. Oh, ich hab ein Eisberg. Eisberg. Eisentempel. So war das. Ha. Eisberg. Ja. Ah, grün. Ja, wie schon gesagt, das läppert sich ja nachher zusammen so mit Waffenteile und so. Ja, ja, auf jeden Fall. Es gibt Schlimmeres. Ist halt nur nervig, wenn man dann blaue haben möchte, in Grammar haben möchte, und dann kriegt man nur grüne. Ja. Das könnte natürlich optimaler sein. Aber ich glaube, dafür bekommt man aber auch ein bisschen mehr. Dafür bekommt man das glaube ich auch ein bisschen öfter. Ja. So. Wollen wir mal schauen. Dann kann ich ja auch, ich habe ja auch ein Mg habe ich ja auch bekommen. Kann ich das ja noch schnell mal eintauschen. Ging etwas brauchbares. Na. Oh. Und dann. So. Ja. Ich gehe da mal hoch. Ne. Ich folge dir mal unauffällig. Jetzt gehe ich meinen eigenen Weg. Ja. Ja. Vier Verteidigungspunkte mehr. Vier Verteidigungspunkte mehr. Den werde ich auch gleich mal reinnehmen. Ja. 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 Dann werden wir uns demnächst dann erstmal um neue legendäre Marken kümmern. Und dann geht es dann beim nächsten Mal wieder mit neun legendären Marken dann weiter. Wenn es weiter geht. Haha. Mit Destiny auf der PS4. Das erwachende Eisernen Lords. Mit dem. Was mit wem. Achso mit mir. Ja genau. Und mit mir. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Ciao.